Ich hätte es nicht gedacht, aber es ist tatsächlich jetzt so, dass wir für Freitag kein Video haben. Es ist nämlich immer noch so, dass wir Geflügelgrippe geschädigt sind und keine Tiere aufnehmen dürfen, also keine Vögel. Und Corona tut ja ihr sein Übriges dazu. Also es ist wirklich im Moment langweilig, würde ich fast sagen. Wir haben zwar so ein paar Säugetiere an der Flasche, wie zum Beispiel kleine Fischotter und deswegen kommen wir nicht zum Winterschlaf. Aber so richtig, dass es hier losgeht, sehe ich noch nicht, weil normalerweise um die Jahreszeit geht es schon los, aber bis jetzt tut sich da nichts. Und deswegen weiß ich gar nicht, was ich euch heute zeigen soll. Ich weiß es nicht. Laura, sag du doch mal was. Oh Gott, ich filme nur. Ja, da habe ich mir gedacht, alles lässt mich im Stich. Ich muss mich hier hinsetzen und irgendwas erzählen. Ja, vielleicht kann Laura ja ein paar Impressionen aus besseren Zeiten einschneiden. In diesem Sinne, nächste Woche gibt es wieder was Besseres. Die Zauberfliegen, die Zauberfliegen, die Zauberfliegen. Aus dem Nest gefallen ist und sich den kompletten linken Flügel gestreddert hat. So, dadurch, dass wir jetzt mehr Zeit haben, habe auch ich mehr Zeit und habe alte Interessen wieder hochgegraben. Und die werde ich euch dann nächste Woche zeigen.